Als ich ein Teenager war, da hätte ich wirklich einen Teufel getan und einen Rock oder eine kurze Hose anzuziehen, weil ich mir dachte, ich habe die krassesten, fettersten Krautstampfer on Mother Earth. Hatte richtig Komplexe deswegen. Und irgendwann habe ich das für mich irgendwie so begriffen, dass mich das heilt. Also ich finde wirklich keinen Schmerz mehr dabei, einen Stiefel anzuziehen, der mir nicht passt. Wie hast du das geschafft? Ich glaube, ich habe irgendwann für mich verstanden, dass ich einfach gut so bin, wie ich bin.